Die Räder sind genau so an der Bückung. Dann muss es wieder überraschen. Dann muss es wieder überraschen. Dann muss es wieder überraschen. Ja, das ist richtig. Also gerade abziehen, kaufst du nicht. Der Engkarnflüs hat schon 3.8 in der Kürbenskopf. Dann randaliert er in der Woche. Was ist denn das? Elektroauto. So wie ein Juni. Noch ein paar Saftgüter machen. Lass uns das noch ruhig. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020